ich bin so wird mehr weg also falls ihr euch fragt wenn du das wird schon dann schreien irgendwann wenn man ein Geldtransporter sieht oder ja es war kein wir finden von sehr viel rum dort gut kann man zu so gut wird es wird geile die ich habe geile bei einer neuen Das ist ja die geilste Version für mich. Ich hab sie noch nicht gesehen. Ach, jetzt live im Beta! Das ist sowas wie Facebook plus eben in GTA. GTA. Ja, GTA. GTA 5. Live in Fender. Meine Augen. All right. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features. Especially if we plan on releasing a fully devised update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking Beta in Q4, maybe Q3. Milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocate is smoke bricks, so... Wait a minute, do I know you? Yeah, no, so. I, 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 I keep time, right? Yeah. I, I, I keep time, right? You know, like, it's talking like you're talking like, it's something like, right? Ah, you gotta put it in a thing. Ah, no... I, 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 I mean... das kann sein, dass es schon immer so leid ist. Na, aber du hast ja immer schon die Let's Plays angeguckt. Da denk ich mal was zu wissen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob der sonst auch immer diese beiden Männer schützt. Hier ist er leider, weil ich die Fernbedienung habe. Hat sie in der Hand genommen, das leider gemacht. Aber du hast ja immer selber noch manchmal Let's Plays angeguckt. Ja, klar. Da waren wir in Ordnung. Eigentlich auch mit der gleichen Einstellung. Ich will mir auch mal Papa abschließen. Wie merkt du doof Papa abschließen? Das geht doch komplizierter. Äh... Ja. Geilsten Papa's ever! Oh fuck, die Bombe wieder, Alter. Alter. Titty City. So läuft. Ähm, ja. Ja. Das ist GTA, Leute. Es ist nicht umsonst, aber achten. Ne, also manchmal merkt man's noch deutlich. Watch Bitches. Titty City. Titty City. Hot Hot. Sexy women in your town now. Das sind Antivirus, Anti-Opa. Antivirus. Kennen wir sind. Alter. Titty City. Die ist mir einfach nicht weg. Kommt die ausgern. Also. Ganz sicher. Das ist ein bisschen Alarm. Erstmal Rom entfernt. Enter. Dengan alle wieder zu. Die Porno Popups. Durch die Musiker unserer Eltern geworden. Ja wäre geil. Wahrscheinlich ist ein bisschen Seltsam. Bei dem läuft auch was schießt noch. Er vertrat den Prototypen. Das ist das neue iPhone. Das iPhone nicht, entschuldigung. Das iFood. Ja, iFood 8 oder wie das heißt. Konnten wir vorhin auch bestellen bei uns oder ging nicht. Aber es sieht wirklich genau wie der Apple Store aus. Es war schon draußen, aber man konnte es nur nicht bestellen. Klaut ihr es jetzt oder? Was hat denn der jetzt gemacht? Ja, der hat einen Chip reingetan. Und was bringt dieser Chip? Das willst du gleich sehen. Oder werdet ihr alle gleich sehen? Ach Mensch, hackt der jetzt. In Rater Kaffee, das war also ein Kaffee, das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee. Ne, wahrscheinlich nicht. Aber schade. Und ne, das war glaube ich gar kein iPhone oder iFood, sondern irgendein Handy von live in Welt. Oh, dass Facebook ein Handy macht? Also das ist ja so eine Art Facebook. Ich glaube nicht, dass die Handys machen. Die machen auch vieles, also gibt ja solche Firmen, die alles machen. Soll ja nicht Facebook darstellen unbedingt. Vor allem weiß ich, alles sieht geil aus, oder? Da würd ich gerne arbeiten. Schon Luft. Und hier kommen wir raus. Und die Karre sieht ja gleich dann mal geil aus. Kannst gleich aussteigen. Budi. Die nächste wird neu angerufen, wieder angerufen. Hey Michael, hold on, hold on. Da war einer! Da war einer! Was? Ist das Ding? Ja, klar ist das Ding. Ja, das ist ja ein Geldtransporter? Ich glaube, da war ein Film. Ich glaube, da war ein Film. Das war ein Film. Halt lange auf zu telefonieren, Bruder. Alter, wer fährt denn den Geld? Oooo. Oooo. Ich muss halt... Aufmachen. Wie viel kriegst du ungefähr? Oooo. 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 die wo uns welchen der Nahrung wenn die Leute ich bin doch keiner auf jeden Fall das sind die hier auf länger vielleicht erst mit dem weiteren Rade ab aber ich vermeide mehr von denen ist ein Fahrrad nicht alles kann innen das war ja wir haben wollen das ist auch die nächsten die sind immer wieder in so einem Haus und sichern an die Garage weil er die letzte Mal schon da ist der Handwerker ist wenn er anfangs kommt die Götter die ganze Zeit die Garnetal aber es von einem die die auch das die in der Garage geparkt haben bleiben jetzt geht es los jetzt geht es los ah hier habe ich FAMO SHAME schon mal gesagt Halt die Fresse achso ich muss jetzt switchen auf links ist hier auch so ah hier live in weather stellt das Handy vor den Telefon-Prototypen hat es die 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 Hör mal in der Nähe von den Böden Annenkommunisch Sieht Sieht Abwechslung Annenkommunisch Abwechslung Böden Böden Wollddomination Ich weiß nicht, ob er wird Wollden 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 die und die und und hier der nachdenklichen sie wenn wir nicht reden das ist nur manchmal mit den Medien ist trotzdem tun zu ja die Zukunft ja Da ist das! Da ist das! Dafür war der Chip den wir eingebaut haben! What the f... Und kein Signal mehr! Das Sender wurde abgestellt! What the f... Läuft! Und das war ne Bombe! Und dieser Computerfreak wollte, dass du das machst! Nee! Wollte der nicht! Ich sollte mich so ausgeben, als würde ich mich doch bewerben! Dann hab ich denen die Papas geschlossen und dann... ...sollte ich mir den Prototypen mal angucken! Ja, aber doch, du solltest das machen! Ja, aber nicht von dem... Ja, von Leicester aus! Aber nicht von dem, den ich gerade anrufe! Ja, aber von dem anderen nicht! Ja! So, da war er jetzt in 5 Minuten nicht mehr alles, was wir machen können! Lösen wir mal ein kleines Versprechen ein! Ist jetzt nicht Golf, aber wir spielen jetzt halt mal Tennis! Ja, der will jetzt immer noch, dass du eingestellt wirst! Ja, der will immer noch, dass du eingestellt wirst! Ja, der will immer noch, dass du eingestellt wirst! Ja, der will noch mal! Die Hollonaise! Die Holognese! Spiel mal mal Tennis! Mit meiner Frau! Geh mir kurz darauf ein, die du mit dem Spiel! Ich habe im Übrigen noch nie gespielt! Ich bin noch nie gespielt! Wie lange wir planen? Jungs? Ja! Wie lange wir planen? Ja, wie lange wir planen? Boah, Böse. Es geht ja um nicht, ich spiele mit meiner Frau. Also mit der Frau von denen. Und weil wir einfach geil sind. Eigentlich wirklich soviel wie wir hier machen kannst, denn geht ja. Die würden halt so machen wie Real Life. Ja, mit dem so einen Stoppfeil irgendwie. Ich hoffe mal, dass ich spiele jetzt nicht allzu lange. Ich hoffe mal, dass ich spiele jetzt nicht allzu lange. Leider werde ich nicht mehr spielen. Also wir verlieren sowieso nicht so gerne gegen Computer. Ha! Passiert! Boah, wie Böse! Hey, du kannst spielen! Entschuldigung. Jo, ist ja auf erst mal nicht breit oder was das war. Okay. Das tut mir ein bisschen mehr ausdauerlich so. Nee, leider noch nicht. So. Ist das wirklich unser Tellerblatt? Ja. Boah, die sind so reich. Ja, dann würde ich sagen. Beenden wir erst mal. Und dann geht jetzt noch ein bisschen FIFA. Müssen wir auch für euch produzieren. Ihr müsst immer daran denken, dass wir viel machen müssen für euch. Ja. Ein Apo wäre aber schön. Ja, gerne abonnieren, wenn es euch gefällt. Dann sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen und so weiter. Ihr kennt ja die Sprüche von mir und dann bis dann. Ciao.